Hallo ihr Lieben, recht herzliches Guten Abend oder recht herzlichen Guten Abend oder recht herzliches Hallo oder wie ihr es auch immer nennen mögt. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch jetzt den Trailer dann da reinzieht. Das wäre jetzt so hier das Thema. SchrumpfkopfTV, was haben Logo und Polizei gemeinsam? Wir können aber auch Polizei mit Krankenschwestern, mit Lehrern, mit Richtern. Dann ist es jetzt egal, da kannst du jetzt da im Prinzip jeden Berufsstand reinsetzen. Ich denke verdammt viel und ich versuche es dann im Hauptfilm zu erklären, denn ihr schauen könnt bei VK Bitchute und dieses dann bei Wet News TV anschauen, den Trailer dann eben den entsprechenden Link in die Browserzeile einfügen und ab geht es damit. Ich erspare euch jetzt auch die Beiträge, auch wenn ich sie mir jetzt reingezogen habe. Es ist ja leider letzten Endes wirklich nichts Neues. Spart dann auch wieder Speicherplatz, spart eure Nerven, spart eure Zeit. Aber auf das Thema, auf dieses Topic möchte ich da schon eingehen. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf den Hauptfilm geht, euch den dann reinzieht, den natürlich dann auch wie immer teilen könnt. Den Trailer könnt ihr teilen, aber den Hauptfilm teilen und dann kommen wir vielleicht der Sache ein bisschen näher, respektive. Weil wir erreichen dann, das ist ja immer so meine Idee, dass die meisten Menschen, die sich meine Videos angucken und Dankeschön, für euch ist das ja nichts Neues oder wo ihr jetzt sagt, oh wow, jetzt hat er hier ein neues Rad erfunden oder sonst was. Mir ist es nach wie vor und mir liegt es nach wie vor am Herzen, dass das vielleicht mal jemand sieht, der nicht so in der Materie drin ist, der einfach noch einfach in seinem Schlafmodus fahrt und in der Hoffnung, dass er dann aufwacht, aufgeweckt wird. Dafür mache ich das Ganze und dann hoffentlich bis gleich. Tschüss!